Hey, endlich habe ich es geschafft, meinen neuen Vlog online zu stellen. Also, meine Kunst könnt ihr auch auf www.batchdown.com sehen. Dort erwartet euch spezielle Videos und Bilder von meinem geheimen Skizzenbuch. Ich poste es nur dort, also schaut vorbei, ich würde mich freuen. Mein Vlog ist nicht so spektakulär geworden. Ich habe die meiste Zeit in meinem Skizzenbuch gemalt und war noch eine Woche im Urlaub gewesen. Irgendwie male ich zur Zeit viele Frauen. Und mir gefällt es, diese dann mit meinen Polychromosstiften anzumalen. Und vor allem liebe ich die Farbwahl. Und ich benutze in letzter Zeit die Farben Blau, Rosa, Neon, Gelb und Grün. Und ich finde, dass meine Bilder durch diese Farbkombination sehr fröhlich und süß aussehen. Ich liebe das Meer. Es beruhigt die Sinne und den Geist. Die Meeresgeräusche sind wie Musik in meinen Ohren. Sie bringen meine vielen Gedanken wieder in Ordnung. Somit kann ich meine Kreativität freien Lauf lassen. Das mixer ist bei mir. Und ich hoffe, es geht um zu einem neuen Krankenhaus. Es gibt die Fürwändische Beine. Die Aufmerksamkeit. Ich habe meine Kreativität nicht nur so knapp, sondern auch kein Fakben. Ich habe meine Kreativität nicht nur, es war dann wieder nach. Ich bin ein Fakben hier. Ich bin ein Fakben. Und ich habe schon mal geklappt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich war auch beim Bösner Kosmaterialkaufen gewesen und dort habe ich neue Stifte und Wasserfarben gekauft. Hier zeige ich euch, wie die einzelnen Farben auf einem Blatt Papier aussehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!